Okay, warte mal. Eins. Ja. Perfekt. Ja, moin. Einfach am Back. Ja, das ist... So kommt man auch in die Backrooms rein. Wir werden gefickt. Wie ist denn gefickt? Ich hab gar nicht zugehört, Blut. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh. Wir sind schon wieder hier. Vielleicht ist es Zeit, dass wir uns löschen. Ich glaube, die wollen haben, dass wir jedes Mal Level 1 kommen, oder? Kann sein. They don't like the light. Die mögen kein Licht. Ich bin tot. Wo bist du gegangen? Anfang, anfangen. Die mögen kein Licht? Nein, du musst da rein. Das ist wie eine Tür. Du bist ein Wichser, weißt du das? Jetzt gibt es mehr Licht. Wieso? Hier ist eine rote Ampel. Geh nicht da rein. Wenn du da rein, geht es nicht da rein. Da ist eine rote Ampel. Geh mal rein. Geh mal rein. Ja. Ui, wir sind gefickt. Wir sind gefickt. Die mögen kein Licht. Ich hab mich wieder genau geklappt. Ich hab mich selbst gesehen. Ja, moin. Oder ich spring da nicht rein. Wenn da grün ist, ist sicher. Ich hab überlegt gehabt, dass einer rein rennt und dann der nächste noch mit rennt. Weißt du was ich meine? Willst du es probieren? Komm, versuch mal. Geh du vor. Ich renne direkt hinterher. Ich bin durch, aber diese Scheiße zu. Das heißt, es hat was hier mit zu tun. Hör mir mal zu. Die kannst du anleuchten, aber diesen Höhlenmensch kannst du nicht anleuchten. Das heißt... Wenn du diese Licht sieht, der kriegt Aggression. Der bekommt Knacks. Ja, Bruder. Der wird zu Krico. Weil die direkt am Anfang ist, ne? Nee, lass mal hier irgendwo. Ich vertraue diesen Anfangstür irgendwie nicht. Okay, ist kein Weg. Du musst den anderen. Hallo. Hab die Tür gefunden. Hab ne Tür gefunden. Ja. Hier ist ein Schalter, oder? Kann man hier was machen? Nee. Du musst in den roten Räumen diese Türen öffnen und dann sind die im oberen Raum dann auch offen. Ah, das heißt, die Wege sind aber gleich dort im roten Raum, ne? Ja, dann ist easy eigentlich. Bin ich so über... Ja, du Huren. Und es fehlen noch zwei. Ah, okay. Wir müssen die öffnen. Wir gehen direkt, wenn hier irgendwo dieses Fenster ist, müssen wir reingehen. Der ist doch safe jetzt vor der Tür, oder? So. Jetzt müsste es eigentlich haben, glaube ich. Ja, nummerweise. Wenn es die Tür überhaupt waren. Aber nummerweise ja schon. Blackpot. Ey, ich würde müsste jetzt da runtergehen, ich würde behindert werden. Warum ist da ne... Warte mal, warte mal. Warum ist da ne Ampel? Ich... Weil du hier runter kannst. Und ich glaube, du musst da runter, um die Sehe... Um das freizuschalten. Aber irgendwie ist es verdächtig, dass dort ne Ampel ist. Und bei den anderen Räumen nicht. Ja! Bye, have a great day! Hä? Oh. Hat trotzdem... Ja, ja, boah! Hä? Oh, herr, no, Digger. Wo sind wir jetzt schon wieder gelandet? Oh mein Gott! Digger! Das passiert, wenn ich jetzt hier runter springe. Dann war es das mit dir, glaube ich. Darf ich einmal? Mach doch... Na, mach doch. Ich hab... Ich hab... Ich bin tot. Ja, tot. Extra gönnen. Dass andere das so haben. Ich hab schon gelogen. Brauch nicht. Okay, dann nehm ich den Rest. Ey, geh mal. Warte, geh mal da. Da ist ein Blatt. Sag nochmal diese Anordnung. Drei. Von links? Ja, von links. Ja, das dritte von links. Okay. Ja? Das siebte. Und dann fünf? Ja? Zwei. Hab's. Oh. Oh Gott, nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du musst hier aber nicht wieder ein Tod. Ja, ich bin auch tot. Ja, ich bin auch tot. Da war irgendein Vieh hat mich gefressen. Ja, guck mal. Hallo. Das heißt, einer muss den da hin locken, oder was? Follow the blue light. Folge dem blauen Licht. Wo bist du? Warte mal, das ist ja ein Knopf. Ein Hebe-Misch. Guck mal, wenn du da drauf gehst, dann kommt da hinten blau, oder? Hä? Ging doch eben noch. Aber warum funktioniert's nicht mehr? Doch, funktioniert's. Geh mal drauf. Bei mir nicht. Dann geh du. Oh. Ja, doch. Es geht langsam auf. Nee, du gehst. Bruder, wolle mich. Nein, geht gar nicht auf. Ach, Bruder, bin ich der Skla... Bruder, ich bin immer der Sklave, Digga. Ist ja klar. Ich darf aber nicht da hinrennen, ne? Ah, jetzt! Nein, öffne die Tür, Digga, du Will. Nein, ich muss da hinrennen. Schu, Mann, so. Mach auf, mach auf. Mach auf. Geh rein, reih rein. Du, Rennsohn. Ey, diese Tür. Das sind Smilers, Bruder. Da war ein Smiler, du Hu... Was stinkt denn dort? Warum gibt's hier Smilers? Wir haben sich mal Taschenlamm. Du, Rennsohn. Nein, weiß ich nicht. Hier unten! Ja! Hä? Hier unten muss man. Wo? Scheiße. Das ist falsche Raum, oder? Ja, Smilers, natürlich, fickt dich, Digga. Folg mir mal, folg mir mal. Wenn du das aufgeschnitten hast. Warte, komm, 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 komm mit, komm mit. Ich bin da. Weio, weio. Ey. Wo bist du? Scheiße! Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Jetzt hier rein, jetzt hier rein. Hier, 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 genau. Hier, hier ist Exit. Aber, ne, kann ich nicht, nur ich. Weio, der ist hinter mir. Der ist der Exit von mir. Bist du tot? Bin ich. Ich hab keine Ahnung. Ja, der ist mir hinterhergegangen, der Wichser. Du bist eine Schwuchtel. Aber man hat hier unendlich auszauern, ne? Hab's. Ja. Das war aber geil, das Level. Das war geil. Oh, herrn. Ach, Mann. Ah, höh. Ah, Krankenhaus, oder was? Nee. Das ist, äh, das ist, äh, Hotel. Ja, Hotel. Luxushotel, oder was? Durch das Fenster springen, oder? Such, ob hier ein Zettel ist, der uns erklärt, was wir überhaupt machen. Äh, ja, warte. Hier ist ein Pfeil. Hier. Abs. Wir sollen was schieben. Du musst was verschieben. Irgendwas mit Fernseher, oder Fahrstuhl. Warte mal. Kann man hier hoch? Man kann runter. Oh, herrn, oh, wir sind tot. Wir gehen hoch, nicht runter. Hm. Ey, wenn du abstürzt. Wer belegt? Das Game ist halt. Das ist einfach fast ein Crash, das Game. Ja, bei mir auch. Ja, warum kann ich... Geht nicht da rein. Nee, nee, nee. Nee, aber man kann sich nicht unter dem Bett verstecken. Das heißt, eigentlich dürfte hier kein Monster sein. Da kommt auf einmal dieser eine Typ, hello. Ja, ja, dieser Wichser, Digga. Auf einmal sagt er so, hello. Da ist, warte mal. Da ist ein Vieh draußen. Ich verpiss mich von dort. Da, da ist was. Oio, was ist das? Oio. Was ist das? Du tot? Bist tot? Soll ich rausgehen? Mach doch, Bruder, ich weiß nicht. Ich hör den doch laufen. Einfach mein Mathelehrer. Wenn er läuft, ganze Erde beben. Was soll die? Oh, hast du nur gesagt? Wie schnell ist der, Bruder? Ey, ey, dieses Level ist unmachbar. Das Level ist nicht schaffbar. Nicht zu ungut, aber ich hab auch so ein bisschen das Gefühl. Was ist das für eine Essige? Da war schon Lachkick, wenn du ehrlich bist. Ja, ja, das, nee, 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 wir müssen da lang. Weil das andere ist unmöglich. Ich wette, mit dir hier ist dafür dieser andere, dieser Höhenmensch. Kann man sich hier verstecken? Ui. He, he, boah. Ich bin einmal durch den gestorben. Du darfst einfach nicht zu nah ans Fenster gehen, dann kann er dir das tun. Warum habe ich das Gefühl, dass gleich um die Ecke dieser Penner kommen wird? Wette auch. Ey, ich glaube, die Räume haben was damit zu tun. Ich glaube, die Räume sind damit verbunden mit diesem Typ. Also der Flur, meine ich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, wir sind zusammen verbunden und der Typ chillt hier irgendwo. Der ist da hinten. Ui, ui. Ui, ui. Der kommt nicht durch. Guck mal, der fragt sich. Du musst gucken, wenn er gerade ausgeht, kannst du schnell links rum. Nee, der ist dort. Der ist dort, der ist dort. Ich muss die Tür aufhaben. Ich weiß nicht, aber vielleicht kann ich rausgucken. Geh mal nur ein bisschen ein Stück. Stopp, 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 stopp. Jetzt kann ich rausgucken, glaube ich schon. Ja, ich kann rausgucken. Ich seh, warte, bleib da, bleib da. Ich seh ihn nicht, seh ihn nicht. Ja, geh da wo du, geh in die Richtung. Ja, ja, ja. Du musst dagegen laufen. Das ist B. Aber versuch den mal zu verschieben, indem du von der Seite gegen den läufst. Ich glaub, du musst ihn ans Fenster tun. Weil, du konntest vom ersten Level, da war so B und so. An der, an der, an der, du konntest Fenster tun. Ja, ja, nächster Fernseher. Du musst ihn, glaube ich, versuchen zu drehen. Geh mal an die Seite und versuchen zu drehen und dann schiebst ihn von hinten ans Fenster. Das schaffst du nicht. Geht nicht, wie willst du's denn machen? Wenn der weg ist. Wenn der weg ist. Geht doch, aber, Bruder, der ist so schnell, das wirst du nicht schaffen. Denkst du, so ist okay? Ja, nee, Bruder, ich sag dir ehrlich, man muss den ins... Doch, ich hatte recht. Ich hatte recht. Wie? Oder man muss... Ey, nein, bitte sag mir nicht, dass wir den hier hinschieben. Deswegen, hab ich doch gesagt, hier ist B, hier ist C und hier ist A. Ach, Bruder. Wie willst du's denn machen? In den Aufzug rein schieben. Hier. Mach. Viel Spaß. Ihr Bruder, ihr meint ihr, ich hab darauf Bock? Ja, ich glaub schon. Ab Arsch. Ja, das ist das schlimmste Level, was es gibt. Ich sag dir, wenn es stimmt, dass wir den in den Aufzug rein tun müssen, dann ist das wirklich ein abgefucktes Level. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Äh, aber, Bruder, ey, das verarsche, guck mal, das verarsche. Was? Kann nicht sein. Ihr ist blitz, wenn du rein schiebst, du bist tot. Nee, du kannst selber nicht da rein. Du kannst nicht da rein. Du kannst die, die, die Dings aber reinschieben. Ihr weißt, was ich das Gefühl hab, wie wir's machen müssen. Einer geht da rein, einer geht da rein. Dann lenken wir den ab. Ich lasse ganz kurz, der kann drauf. Nein, ich auch. Ja. Ich will den grad ausmachen, Digga. Scheiße. Wenn der Pflanze nicht in dem Raum steht, ist eh nicht. Ich muss trotzdem aufpassen, wo ich in welchem Raum ich hingehe. Wegen dem Krabbelvieh. Ja. Hallo. Und weg. Ich weiß nicht, ich find das süß. Du willst ihn auch gerne streicheln, ne? Ja, der erinnert mich an meine Katze. Fick den, bevor ich den streichel. Der Whitey? Der ist vermag, der weiß. Guck, geht doch. Da ist Fernseher. Wie macht man das bei dem Hurensohn? Der Hurensohn ist geil auf dich, der will dich fressen. Oder? Das war jetzt weg, ne? Ich hab ne Idee, wie ich das mache. Immer ein bisschen schieben. Ja, bis zum nächsten Raum, dann versteckst du dich und dann geht's weiter. Weil da hinten ist direkt der Ausgang. Nein, 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 da hinten ist der Ausgang. Aber ich würde lieber andersherum gehen, weil das ist ein bisschen safer, glaube ich. Ich find das immer so witzig, wie man so richtig seinen Stampfen hört, wie man so hört, bam, 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 bam. Aber das ist gut für mich. Ich hör keine Steps. Geh bitte um in die Ecke. Ich hör's selbst. Ja, okay, jetzt. Ja, aber ich mein, wenn du nicht hörst, dann guck um die Ecke, ob du ihn siehst. Wenn er weit und weit nicht da ist, dann rennt. Weil dann kannst du es schaffen, sonst schaffst du nicht. Ich kann nicht mit dem Fernseher rennen. Geh weiter, weil jetzt, wenn er jetzt kommt, könntest du es sogar noch schaffen, wegzuwenden. Und wenn er dich hat, der wird dich abschlecken. Der wird dich richtig abschlecken. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Nein, die Tür ist doch jetzt... Ja. Aber warum? Weil der Fernseher hier dran ist. Jetzt muss ich auch hier runter. Vielleicht, nee, du lebst wieder nicht, ne? Für mich war es das endgültig. Das heißt, ich muss die Runde alleine machen. Oder wenn du Glück hast, wird's gespeichert. Oh, da hab ich mich echt... Ich backe. Ich backe. Versuch nochmal zu schieben. Nee, geht nicht. Gespeichert? Ja. Ah, Bruder. Hä, dann ist doch dann easy. Ja, dann ist easy. Weil du sch... Dann guck mal, weil der machen wir's so. Ich logg den dieses Mal wieder, aber ich versuch nicht zu sterben. Und wenn ich sterbe, dann einfach du holst... Reset und machen. Aber diesmal müssen wir von der anderen Seite... Weil auf der anderen Seite sind die restlichen Fernseher. Ja, aber dir ist schon klar. Dann muss ich von der einen Seite kommen und den weglocken. Hm. Das heißt, am Anfang ist er hier. Warte, warte, warte. Ich sag dir, wenn ich den weggelockt hab. Pass auf. Ja, 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 wir haben den. Wir haben den zweiten Fernseher. Jetzt haben wir den auch played. Oder jetzt haben wir den. Aber ich glaub, der dritte Fernseher ist in der Mitte. Perfekt. Auf einmal, der kommt so richtig angerannt, Digga. Der sieht so, ich will Fernseher rausschleppen. Der sagt so, du bleibst hier. Das gehört mir. Ich will noch Vorteil drauf zocken. Ich will noch Livestream gucken von Monte. Ganz ruhig, Fernseher. Du, ich glaub, dieser Typ, der am Fenster chillt. Für den musst du diese Fernseher holen. Hä? Hallo? Ah. Ich glaub, du... Hallo? Oder? Hallo? Oder? Lebst du noch? Ja. Bro? Oder nee, weil der fliegt. Wie der fliegt? Deswegen. Guck doch mal, bei mir fliegt der. Wenn der jetzt fliegt. Okay. Glück gehabt. Der ist ja vorhin auch nicht geflogen. Erst nachdem du ihn aus dem Fahrstuhl geholt hast. Das heißt, wenn du Pech hast, kann er wieder fliegen. Ey, wenn der jetzt wieder fliegt, ich schwöre, ich lach mich so kaputt. Dann sag ich wieder, schau und reingeholt mit Backroom. Dann nicht mehr Back to the Backroom. Left to the Backroom. Ey, du wirst so angesprungen werden. So wirklich so cool. Tür, 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 Tür ist aufgegangen. Was? Was steht da? Am Haus, dass du da runter musst. This way, also runter. So, ich muss... Musch runter jetzt. Oder du gehst nicht... Ich glaube schon. Oder... Ich weiß nicht. Nee, du geh runter, geh runter, geh runter, sprich runter. Hui. Hui.